Hallo Leute, Kryptomarko hier mal wieder mit einem ganz tollen Video über das Thema Kryptowährungen. Ich sehe ja, dass Top 3 Videos bei euch sehr gut ankommen, deshalb mache ich einfach nochmal ein Top 3 Video über die Top 3 Kryptowährungen für langfristiges Investment. Langfristiges Investieren und Traden sind zwei komplett verschiedene Dinge und ich werde versuchen, das in diesem Video ein bisschen auseinanderzunehmen, aber grundsätzlich, wenn dir das Video gefällt, lass ein Like da, das würde mich sehr freuen. Du kannst auch natürlich meinen Kanal abonnieren, wenn er dir gefällt und auf die Glocke drücken, um benachrichtigt zu werden. Wenn du ein neues Video hochgeladen wirst, wird dringende Empfehlung. In diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und der erste Kandidat, den ich nehme, ist Elektronium. Elektronium soll ja das Schürfen von Kryptowährungen auf mobilen Endgeräten und Konsolen ermöglichen, sprich, wenn dein Handy gerade chillt und nichts macht oder auch deine Konsole gerade nicht zufällig mit FIFA beschäftigt ist, dann kannst du das Ganze über Elektronium machen, was an sich eine enorm clevere Idee ist, die Rechenpower, die stillsteht, sozusagen einfach mal zu nutzen. Klar hat man dadurch wahrscheinlich einen großen Verschleiß an den Geräten, allerdings denke ich mir, dass je nachdem, was man schürft, das vielleicht ausgleichen kann. Da brauchen wir wahrscheinlich einfach nur reelle Zahlen, aber so eine Konsole zum Beispiel, die ist sowieso nach ein paar Jahren ein Bruchteil von dem Wert, was ich am Anfang war, also von dem her, warum nicht gleich schürfen. Übrigens, wer ein genaueres Bild über das ICO von Elektronium haben möchte, dem empfehle ich dringend das Video von Eli. Das ist auch ansonsten eine sehr gute Erklärung über ICOs, wie das Ganze funktioniert. Er hat Elektronium für 0,01 Dollar bekommen, also für 1 Cent die Sau, was auch immer mit Elektronium passiert. Ich weiß nicht, ob er jemals ins Minus kommen wird. Wie tief war er denn hier auf dem Tiefstand? 0,2. Ja, also selbst da hat er noch einen Profit gemacht. Und ich habe ja gesagt, dass langfristiges Investieren und kurzfristiges Traden zwei verschiedene Sachen sind. Und kurzfristiges Traden, da musst du Hypes berücksichtigen, da musst du Trends berücksichtigen, da musst du die FOMO der Leute ausnutzen, natürlich auch, also Fear of Missing Out. Und langfristiges Investieren ist zum Beispiel solche Visionen wie, ich nehme immer gern Apple zur Hand oder vielleicht auch Windows, oder eben Bitcoin frühzeitig erkennen. Also vielleicht gibt es irgendeinen Visionär da draußen, der, als er das erste Mal Bitcoins bekommen hat, sofort verstanden hat, wow, Moment mal, das ist dezentralisiert, digital und sicher und alles wird öffentlich gespeichert auf einer Blockchain. Kann natürlich sein, dass es jemand damals den Wert von Bitcoin erkannt hat, wobei ich bezweifle, dass jemand wusste, dass Bitcoin eines Tages 20.000 Dollar wert sein wird. Aber es geht doch darum, beim langfristigen Investieren einfach nur frühzeitig das Potenzial von Projekten zu erkennen und sozusagen darauf zu wetten, dass diese Projekte eines Tages richtig wertvoll für die Menschheit sein werden. Denn alles andere ist meiner Meinung nach nur Pokern. Gutes Beispiel ist IOTA meiner Meinung nach auch. Internet of Things wird immer wichtiger. Die Gesellschaft, also die meisten Leute aus der Gesellschaft erkennen, dass Internet of Things ein Trend geworden ist. Deshalb sprechen alle gerade von IOTA. Wo bekomme ich IOTA her? Allerdings ist IOTA gerade auf dem Vormarsch. Jetzt momentan ist sowieso eigentlich alles auf dem Vormarsch. Also ich gehe mal davon aus, dass nichts eine Korrektur kommen wird. Ich hoffe auch auf eine Korrektur. Die muss jetzt zwangsläufig kommen, um endlich mal wieder eine gute Buying Opportunity zu haben, sich günstig mit Coins einzudecken. Ja, ja. Aber grundsätzlich Elektronium kannst du auf Kryptopia bekommen aktuell. Es gab ja viele Probleme mit dem Wallet. Hier wurde dann das Wallet freigegeben und sofort haben die ICO Hansis sofort Elektronium verkauft, um den Gewinn zu realisieren. Und Eli ist noch im Markt, hat nichts verkauft. Also finde ich auch sehr intelligent von ihm diese Entscheidung. Denn ich denke, jetzt würde er vielleicht das Achtfache machen von dem, was er investiert hat. Aber wenn Elektronium allein schon auf einen Dollar kommt, dann ist er ganz plötzlich Millionär. So, ansonsten auf CoinCheckup sieht man auch, dass Elektronium in den letzten 30 Tagen ordentlichen Wert aufgeholt hat. Also ich bin der Meinung, dass Elektronium wirklich langfristiges Potenzial hat. Vor allem, weil auch zum Beispiel das Team gesagt hat beim ICO, hey, bitte schick uns kein Geld mehr, wir haben genug des ICOs beendet. Und das sieht man irgendwie da draußen nicht mehr so. Und Elektronium wird doch wirklich von einem Team betreut, die über diese ganze Zeit hinweg einfach nur an den Coin geglaubt haben. Also ich will gar nicht wissen, wie oft die komplett gefrustet waren, weil sie diesen Hack nicht bewältigt bekommen haben. Aber die haben dann wirklich damit gekämpft und Spezialisten engagiert, um Elektronen wieder zum Laufen zu bringen. Deshalb ist meiner Meinung nach ein Coin, der so ein Team hinter sich hat, so eine Community hinter sich hat, sehr wertvoll. So, gehen wir weiter. 10x von unserem, von unser aller Freund Julian Hosp. Hosp, eine Möglichkeit mit der Kreditkarte, Kryptowährungen in Fiat-Geld umzuwandeln und damit dann den Cheeseburger bei McDonalds zu kaufen. Ja, grundsätzlich eine super Idee. Allerdings fehlt uns aktuell noch so ein Coin, der an irgendetwas gebunden ist und damit seinen Wert erhält. Nichtsdestotrotz steht ja bereits die Technologie. Es gibt noch, 10x ist zugegebenermaßen auch nicht das einzige Unternehmen, was so eine Technologie verfolgt. Allerdings, meiner Meinung nach, hat 10x deutlich mehr Potenzial als die Konkurrenz. Alleine schon wegen dem Julian Hosp eigentlich. Also wenn der Typ an Bord ist, denke ich mal, dass auch andere coole und intelligente Leute an Bord sind. Kryptowährungen sind die Zukunft. Wenn du das Video schaust, dann weißt du das. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, denn du gehörst noch zu den Early Adopters mehr oder weniger. Und 10x hat genauso wie Elektronium in letzter Zeit in den letzten 30 Tagen also guten wieder Profit gemacht. Wobei ich muss auch sagen, ich finde 10x ist zwar nicht so günstig wie am Anfang, allerdings könnte das ja auch eine Buying Opportunity sein. Also wenn man sich irgendwann vorstellt, American Express kauft 10x, da wird der Preis auf jeden Fall zu... Also ich sage jetzt nicht, dass das passieren wird, aber ich gehe mal von so einem Szenario aus. Sollte 10x irgendwann mal durch die Decke schießen, dann ist man auch, wenn man für 3,81 eingekauft hat, super dabei. Das gleiche gilt natürlich auch für Elektronium. Also gerade 8 Cent ist nicht so teuer, wenn Elektronium irgendwann weiter nach oben schießt. Aber das ist ja das Schöne am langfristigen Investieren, dass du dich wirklich durchwühlst und die Nadel im Heuhaufen suchst so ein bisschen. Aber wenn du sie dann entdeckt hast, dann geht es richtig ab. Alles was ich hier sage ist subjektiv, ich bin kein Finanzberater. So, dann kommen wir zum nächsten Coin und zwar Substratum, ein kleiner Liebling von mir. Das Team von Substratum möchte das Internet dezentralisiert machen, sodass keine Regierung auf Internetseiten zugreifen kann, zensieren kann, Sachen offline nehmen kann. Und das finde ich ziemlich geil, weil, sagen wir mal ehrlich, Regierungen haben sehr viele Dinge, die sie geheim halten wollen. Und manchmal ist es gut, dass es nicht an die Öffentlichkeit kommt, aber manchmal muss man auch einfach nur eine unabhängige Plattform haben, um Informationen verteilen zu können, um Aufklärung betreiben zu können. Und wenn dann irgendeine komische Regierung sagt, hey du, go daddy, bitte nimm diese Seite offline, das finde ich halt irgendwie nicht cool. Deshalb unterstütze ich auch mit meinem Geld Substratum nicht nur, weil ich mir davon erhoffe, irgendwie reich mich zu bereichern, sondern auch wegen den Werten, die Substratum verkörpert. Also ich bin echt ein sehr großer Freund von Redefreiheit, Neutralität und solchen Sachen. Deshalb kriegt Substratum das Kryptomarko-Siegel, kannst du auf Binance kaufen. Und auch Substratum hat in letzter Zeit ordentlich Land aufgeholt. Aktuell vielleicht nicht unbedingt an der Buying Opportunity, aber wie immer, wenn Substratum eines Tages über 100 Dollar wert ist, dann wird sich jetzt niemand über den Preis von 58 Cent aufregen. Aber das sind alles nur hypothetische Szenarien, ich garantiere, niemanden hier gewinne. So, dann kommen wir zum Gewinnspiel. Und zwar habe ich das Ripple Alarm Video gemacht und das Investieren in Kryptowertungen Tutorial. Dann muss ich nur hier den Comment Picker rüberziehen und wir schauen, wer gewinnt. Übrigens eine Frage aus Neugier. Schaust du dir auch am Ende das Giveaway an oder skippst du das einfach? Ich weiß es nicht. Oh, Moment mal, habe ich das an zwei verschiedenen... Ah, nee, das habe ich beides am gleichen Tag hochgeladen. Deshalb, ich war noch gerade verwundet. 272 Kommentare. Meine Güte, das ist ja echt verdammt viel. Darf ich das hier noch kopieren oder habe ich es bereits kopiert? Ah, okay. So, Shadox 87, ich lasse mich da überraschen. Ripple wird auf jeden Fall, also hat schon viel überrascht, auf jeden Fall. Milo Camp, wow, jetzt schon über 5K Abos weiter. So, vielen Dank, Manu, das ist Milo, das ist sehr nett von dir. Ich würde sagen, Shadow X bekommt Zahl und Milo bekommt Kopf. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Und Shadow X gewinnt. Ich sage herzlichen Glückwunsch zu dir. 2 US-Dollar in Form von Litecoin. Sau teuer gerade zu schicken. Aber was macht man nicht alles, ne? So, dann mache ich hier noch ein Giveaway auf dem Kanal von meinem Mentor Eli. Allerdings muss ich den erstmal auf dem anderen Fenster aufrufen. Wobei, nee, ich hatte ihn gerade offen. Moment. Hey Leute, was geht ab? Eli hier und willkommen zu meinem nächsten... So, und ich troll ihn gleich ein bisschen. Bro, wann werde ich gezogen? Litecoin-Adresse. So, das ist jetzt meine Litecoin-Adresse. Ich werde auch mal bei Eli gewinnen. Das wäre jetzt natürlich nicht so witzig, wenn ich mich selber ziehen würde. Oder doch, das wäre sehr witzig eigentlich. Mal schauen. Das wäre echt der größte Zufall. Nein, aber das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist zu gering. Dis for fame. Danke für deine Videos. Sie haben mir schon sehr geholfen. Bitte weitermachen. Eli, mach bitte weiter so. Du machst wirklich gute Videos. Ich war ganz begeistert von dem ICO-Video. Muss mir aber noch das Neueste anschauen. Um ehrlich zu sein, das habe ich noch nicht geschafft bis jetzt.